Wie viele Racks brauchst du? Also ich brauch jetzt nur einer um da oben den Platz... Ähm, ja, dann... Hat irgendjemand was zu trinken von euch vielleicht kurz da? Oder ein paar Bären oder so? Reit kurz runter, da wo's grün wird, kommt's Zeug. Ja, wollen wir kurz dein Place... ...und stellen grob vor? Dann erst mal holen. Ich hätt's gesagt... Ey, du wirst mal ein bisschen auf Gewicht sehen, ne? Ja, das ist nicht so gut, Molde. Dann muss alles egal aus... ...Metaller setzen und nicht aus, wo viel Arbeit... Scheiße! Dann muss man nur drüber setzen... Ja... Es ist abartig! Ilka! Ilka, 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 Ilka! Ilka, komm, Brunner! Wo denn? Was ist denn? Ah, die Scheißviecher, die heilen sich einfach... Die packst du nur zu zweit. Alles gut, ihr müsst nicht alle kommen. Jo, danke! Ähm, irgendwie was sagst du denn? Wollen wir kurz vorbauen? Was dann? Ja, stellen... Geht doch schon. Geht doch schon, passt schon. Haben ihr alles von denen weggemacht? Ja, ja. Kann mir irgendjemand schnell einen Wolf geben oder eine Katze mit bisschen Gewicht? Dann hol ich die Metallsachen, dann fang ich an zu bauen. So ne Moiner. Hat der Gewicht? Nein, hat er nicht. Das ist... Eigentlich nicht verskillen, das ist der 105 Fetcher Team. Ähm, ja, ihr braucht wahrscheinlich auch nicht so viel Gewicht. Ähm, ich würd bald sagen, dass wir kurz das Schrank... Ilka kommt zu mir. Was ist? Bleib bei mir. Ja. Ich versuch grad noch ein Generator-Tor auszustellen und dann ist... Ich hab grad noch eine kleine, ähm, zusammenstehende Ansonsten. Also es sind 25 von Dacia-Static. Ja, genau. Und wenn's von Dacia-Static. Und Tür... Oh, hier ist noch ein Wildschwein. Ich krieg jetzt noch einen Generator hin. 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 Polneni, wo bist du? Polneni, wo bist du? Leute, die neuen Evo-Feeder, da sind die Akkus. Ja, wir sind da, wir sind da, wir sind da, hier auf. Ja. Ah, okay. Deswegen ist das auch nicht zugehalten. Da kommt noch ein Schweiner. Jo, hab was g'si. Wir haben ein paar LX-Twins mehr spielt, an einem LX-Twins. Kommen jetzt wieder welche von denen oder nicht? Ne, es sind Schweiner. Ja. Ja, ich glaub, die haben's auch aufgegeben, bis die das freigesprungen haben. Zemententaste, ja. Und jemand, der hat uns da fuhlt. Ja, ich renne jetzt wieder. Hallo. Es war gut, dass ich Metall Foundation mitgenommen hab. Ähm, Angst, was hat er heute noch? Kann ich verstehen. Weiß ich aber nicht, ob es ein Gewiss ist, den ich verpasst. Äh, wir fuchts gar da ja wohl. Also kein Ankylosattel? Ankylosattel? Aber das Geist hier oben ist halt, was wir auf Mounts direkt hier haben, ne? Saver und so. Unsass. Ja, direkt unten bei uns, ähm, gegenüber vom, äh, wie heißt das? Äh, äh, Sand. Gegenüber von der Sandhinsie. Ja, mitten im Wald ist ein Terri Level 40, das könnten wir uns dann gleich holen. Ja, die haben ja eine Ansage gekriegt. Ja, die haben ja eine Ansage gekriegt. Aber dann muss ich auf jeden Fall warten, dann weiß ich genau, wo das ist. Also ich bin hier jetzt nochmal den kompletten Perk abgelaufen, ich sehe hier einfach einen anderen Spieler an. Ja, die haben ja auch eine Ansage gekriegt. Also teilt euch lieber das auch, was im Studio ist. Die sollten jetzt eigentlich nicht mehr kommen an sich. Ja, okay, ich hätte aber auch nicht erwartet, dass die noch kommen, nachdem die gesehen haben, dass wir hier mit Rocket Lounge herumlaufen. Hm. Wir gehen mal ein bisschen weiter runter. Wenn sie dich geknüppelt hätte, hätte Steirrocki lang gehabt. Aber noch mehr mit links darf, außen, außen, außen. Naja, ich hab gar nichts. Auf dem Studio abhauen, ich hab noch ein paar Sachen. Raptor, Raptor. Ja, und jede Menge. Level. Äh. Killer. Ja, ein Kontrolliker, Elektronik, SmackHack, Kalankraft dann. Saber, links. Level. 15. 15. Au, ich fahr mir oben halt jetzt schon Metall ab. Hast du Temesache? Jaja, ich hab äh, äh, 200 Felsen. Ich kann dir die Hälfte abgeben. Nö, nö, ich hab nix zum Schießen. Zur Wüste rechts. Selber? 15. 50. 50. 50, Tamer. Naja. Tamer? Ja. Spring ab. Ja, ich hänge nicht. Nee, nee, ich hab's ja auch gemacht. Absteuer, einfach absteuer. Ich hab's ja zu dem Start, die diese gleich nicht hoch nehmen sollen zu euch, dann hat die hier oben auch nicht schnell zu stehen. Hat irgendjemand hoch. Ich hab gleich schon 10.000 Teil. Ich fahr mich zum Hoch, weil ihr rumrennt, ist echt nervig. Das kann nicht weg sein, das waren 1600 Öl. Warte kurz. Schieße. Nein, nein. Alles gut. Ich hab's nur noch versucht. Warte. Ne, dann warte. Warte, bis die Bola weg ist und was er macht. Wenn er auf dich zu rennt, schieße. Schieße. Okay, warte. Warte, bis er wiederkommt. Schädrableiber. Wenn er dreht, um A zu greifen, schieße ich da. John Cooper? Kann man dir helfen? Weißt du noch ein? Ich kann noch tanken, bis er fit ist. Sehr schön. Warte. Ich hab noch einmal geschossen. Ja, warte. Aushalle. Sicher er rennt. Da oben ist ein Rhino. Lass Rhino holen wir auch. Schieße nochmal. Schieße nochmal. An der Base. Soll ich nochmal schießen? Jo. Kurze Frage, wann war Pause? Ich hab nochmal geschossen. 19.30 Uhr. Bis 20 Uhr, oder? Ja. Komm zurück auf deine Katze. Rechts sind ganz viele Schweine. Schieße von der Katze aus. Ich bräuchte halt irgendein Tier, weil hinteren das ist echt... Ich check muss Rhino. Der entsteht wo? Der entsteht wo? Der entsteht wo? 85, perfekt. Ich hab ja eben nicht. Das ist es ja. Oh, wie viel älter aus? Bewusstes. Zu Fuß hier rum. Gut. Haschelfleisch? Wir sind vollidiot. Oh, NL. Falles mal. Kann ich so ein Wildschwein nehmen? Weg auf die Schweine. Ich weiß nicht, wie lange das dauert, bis ich drüben bin. inos mit. Wo sind die? Weist du den Wildschwein aus? Wie helf das denn? Was ist das Wildschwein? Vorsicht! Da ist das Wildschwein! Da kommen noch drei Wildschweine ab. Es muss halt noch alles mit was entstehen muss. Alter, diese Wildschwein sind durch. Ja, Captain X kann ja mitgehen. Ja, der hat's schon, sie sag's doch immer. Ja, ich merk's grad, ich merk's! Kannst du irgendwas craften, dass ich das Wildschein ein bisschen leveln kann auf Gewicht? Es ist gerade noch nicht Ähm, endlich kann ich noch Seelings herstellen, lass mal tauchen Ylka, wo bist du? Ich bin noch bei dem Wolf, lass warten, bis da steht Ähm, ich hab vorhin mit Ich hab vorhin mit Da ist schon Fleisch drin, aber Ja komm, mach vorhin mit Dann in den 2 Sternen Wo soll's noch machen? Das Ding ist halt komplett überladen, ne? Na gut, der hat das Fleisch noch nicht verbessert Könnt ihr einfach ein paar Foundations machen? Holzfondations einfach schnell Ich mach dir mal Lederrüstung Mach ich schon, mach ich schon, nicht mach Ich mach jetzt genau 25 Seelings, weil 5 auf 5 müsst ihr das noch halten Also komm näher ran, Bruder Ich geb dir mal die Hälfte meiner Pfeile und mach dir mal den Bogen hin Ja, ja, ihr nehmt das dran Boge mach ich nicht, ich warte auf Armbrust Willst du eine? Ich hab 2 Ja, Chris, gib mal MP1 an Impy, wo war Chris? Seid ihr jetzt hin? Wir sind immer noch weit da, wo die... Wir kommen gleich zu der Base Ja, ich war da bei der Schweine, wo ihr grad mit in den... Ja, der Zimmer noch Er war im Eis Ja, ich seh dich Oh geil, ich seh dich 1100 Gewichter, das ist jetzt Das kriegt ja richtig viel Der Base, dieser Bild ist ja noch Gewicht Die kriegen richtig viel Willst du der Wolf? Nimm der Wolf mit Seid ihr die Dino-Geltern-Leistfahrt oder haben wir dann an der 9-10-M-Tür? Ja, mach immer Ich werd nur Türen machen Ich werd nur Türen machen Nur Türen Hast du schon ein Geschoss? Ja, ja Okay, wir gehen nur noch auf die Clip, komm Was wenn als NASA NASA? Ja Jo, ich geh ein Stück weg Ilka, riskier nix Ilka, komm hoch Treffst du noch von da? Ja da Wo ist denn der hin? Hab getroffen Getroffen Ich glaub der kommt so gut, oder? Ja, glaub ich auch Nee, kommt nicht, schieß Ja, ich geh Ähm Ansonsten, wartet mal Ich nehm ein paar Romabs mit Nehmt ein bisschen Fiber mit Ich glaub da oben ist nicht viel mitgeladen Jawoll Ich hab ein Griffgeräte griffen Ja, hab Nö, das Zwei Schütze auf euch akronisch auch nicht Was, was, was braucht ihr noch da oben? Was sie mitnehmen sollen? Mal, wenn die Superforge hochkommt Ein paar Strukturen, den Rest haben wir hier oben Äh, Superforge geht eine mit von zwei Es gehen ein paar Strukturen vorgecrafted Kannst du noch die Fans-Foundations Smitty ist schon drin Applicator hab ich reingemacht Fans-Foundations Fans-Foundations Waren auch welche, könnte aber Jason haben Dann reicht das Hast du den? Den Rest haben wir, ich hab hier oben schon Kristall Äh Ja, Kristalle hab ich hier auch Öle Öl Soll ich das noch mitgeben? Ja, ja Ja Sollen wir hinterher oder warten? Ich denke es kippt oben Ich denke es kippt oben Also ich hab hier oben ca. 3,000 Aber ihr müsst dann trotzdem nochmal runterkommen Ihr müsst Ihnen reist wohl, wir haben hier über 20.000 Metall vorgeschmolzen Jop Jop Maja Hasche Geht noch ein bisschen was? Ja, ich will kurz beenden Und dann koch den Scheiß-Diplo und dass ihr wieder hungrig isst Passiv-Zähm kannst du vergessen bei den Viechern Bei mir geht auch noch ein bisschen was Ooooooh Die Musche echt hier lehnen es aus Äh, das kann bis zu neuviertelstunde dauern, bis der beim ersten Mal wieder Hunger kriegt Ente? Ja Kannst du vielleicht mal Raps schnell machen, damit wir gescheit Level kriegen, dass wir noch mehr Metall mitkriegen? Hier sind noch ein paar Narcos, falls er auch ein bisschen wach werden sollte, drückst du den Bein So Wollen wir die Tiere erstmal in Hause bringen, Impi? Mhm Ich bring die Megaloth so runter Jop Hier schützt in die Base hier Und travel an rüber und hilf kurz Fähchen beim Zeug hierher bringen Und Impi, du hast bei Essen das hier wirklich als Base verkauft Sag mal Warte mal, jetzt gib mal die Brude wieder Warum willst du denn jetzt nicht? Ich kann auch noch was haben Ja Ähm Ähm Ender pack mal ein bisschen Metall von, bis maul zu mass Ich bin grad voll Metall haben wir hier oben gleich aber selber ganz schnell was geschwölzene Ja, aber trotzdem brauchen wir es dann nicht verschwenden flitzt doch los und guckt dass ihr auch wenig ja ich mach jetzt noch gunpowder und sparkpowder irgendwie kochst du mal ein paar boote für deinen wolfen du meinst für mich ich weiß nicht wenn ihr noch kristall haben wir jetzt alles mitgetrieben kristall haben wir lange genug ja flint vielleicht noch anpowder so geben wir mal ein update in der alten base ist fast nichts mehr also es ist noch einiges an metall und rohmaterial ich mach die weiße flagge ob sie hier brauchen wir eigentlich nicht hast du mich hast du mich nein naja eben aber ansonsten brauchen wir sie nicht ja wenn wir irgendwann nicht mehr so viel zement fast brauchen dann können wir das machen weil im moment im moment müssen wir unser polymär noch alles mal du fliegst du gleich raus jedenfalls leckt heute es meine keine ahnung ich bring mich kurz mal um ne nicht wundern oh mein gott sie haben nessos getötet nessos wie bist du jetzt gestorben ihr schweine nein nessos nicht du stell dir ne grabstell auf ich bin schon dabei das ist richtig im schmied hier oben auf diesen frau kommt mhm rex mhm alles da jetzt mach rex mach mach ich bin zehn am pole chasen schreit sofort wenn auch nur irgendwer in eure nähe kommt ihr seid nur mit den beiden halsschweinen unterwegs ALARM die können sich gegenseitig die ganze zeit hochreißen hm äh ich hab dich verloren überleg mal du bist mit furchtig so wie ein schwein los du halten dich einfach die ganze zeit wieder hoch beißen können sie ja ja die ganze zeit hochreißen ich bin von dem ende gebissen worden aber die direkte knochenbruch hat mir nicht wegkommen ja sie machen gut timmich eigentlich müssen wir mit von den tehn mhm und wir haben nach einem schreit gespawn vor der tür ja wir haben auf dem anderen server ein 150er das ist halt 100 leben in der sekunde wieder bleh wird bestimmt noch gebalanced warum ist doch voll balanced was eben ich mein vorsschieben geht hier nicht mehr also kann man ja das benutzen ja ja eben chris ja was denkst du denn das ist schon alles vor wobei brauchen wir hier noch den fabricator äh endung eigentlich nicht nicht mehr dann würde ich hier weiter aufreißen nein ich würde es sein bitte nein das level vom rino ist doch gut ja wir haben jetzt ein high level salvertuf ne und ein high level wolf weißt zu weißt zu check ja ich würde auch nicht ganz was macht ihr ja dann machen wir setzt euch einfach mal drauf durch oder das geht dann wieder hoch haben wir schon das mittel hier nein oder unsere ersten machen wir das heim aus bei dem auch nicht bei dir das macht auch aber was frisst denn das schwein das ist so viel gut verliert fleisch bei mir ist fleisch drin machs raus und nochmal rin deine au oder was eine au oder was noch einer von den schwein dann lass dir doch oh ich bin gestern wieder ey korrapp ja 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 eine schweige minute ja 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 ich du musst dich voll hart aufhören das musste sein vorries einfach weiter so place in the base door he hopped aber ich glaube in der in in der forge ist nur noch holster ok ja also ok 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 bin ich hier wirklich ah aber was ist bin ich denn überhaupt richtig von hier kommt eigentlich dann nochmal jemand wieder das dach holen das dauert ein bisschen das dauert ein bisschen die schweine sind jetzt nicht so die krassen flitzer und ich farm für vor chess kann ich noch ein ganzes ziel weg machen achso ja wir können das sorry ok ok warte seht ihr hier oben nochmal oder ah das ist gut so ein bisschen stamina geskillt warte angeboten sind 3 rations warte angeboten sind 3 rations darfst du es äh bin ich hier überhaupt warte mal mit dem eis mit dem eis ja dann bist du richtig warte mal nessos ich schreibe es bett nessos wir sind viel zu stark alter nessos ist doch mit einem tier unterwegs oder nein nein so das bett wurde hier muss fest nessos ah ok dann ja hast du irgendwas dabei nessos äh hab ich ähm nessos hier muss ich dir was zeigen naaa ja boah das war ja leicht übersteuert was ich hab hier in der wesen Grabstein gestellt heute du es angeboten ich hab überlegt drunter zu schreiben er hat es wieder versucht die Nashörner haben ihn erwischt nein die noch kommen wir noch nicht ja und wir haben ja den stein weg den wir hier haben nein nein raus ihr habt die Industrial Fortuner mitgenommen wie nein 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 achso ja klar ich hab eine Trabbe ähm warte wir dann dann kann man das etwas zusammen drücken und ähm boah was macht denn der Rhino da Pole stellt jetzt die Base wir gehen mit dem Rhino zurück das ist viel schneller alter wir spielen mit dem Schein zurück viel Kasuchuk das Pole gleich erstmal die Base stellen komplett aber zumindest das ihr da drin was machen könnt ja wie soll ich denn die bauen gibt es ja den Foddy oder wohin du hast gesagt du kannst besser wie Ente also mach ja mitte mittig oder am Abhang wo wolltest du sagen äh ich würde es nicht mehr am Abhang machen dann gibt es wieder eine Mitte ich würde es ziemlich mittig machen dann baue ich sie mittig hier wo die Schränke draus stehen ja aber setzt es bitte gerade und mach so dass die Fabrikatoren in der Mitte stehen und die der Rest außen rum wenig Laufwege da zwei und vergesst noch die weißen Platten wo soll ich die Sachen hinnehmen ist das hier Beamspot? ist das hier Beamspot? oh ne ne wer geht das jetzt in der Mitte? ja ne so oh ok Maury was machst du kannst du mit Jason zurückkommen? ah jetzt gleich wach kurz wieder zurück ich hab die ganze Zeit total geholt ah äh obwohl warte ne ich muss jetzt gleich weg oh ne 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 na das kommst du mit Jason schon zu ich bin grad hier so ein bisschen die warum skillt hier nicht das Reno auf ordentlich weight reicht euch der Kern 3x3? 6 ich wollte 6er Base aber insgesamt 6er oder? ok ne 6er Base ist so hässlich dann würde ich 7 bauen Jason wo bist'n du jetzt genau in welcher Position? boah jetzt hähl ich nix mehr saß trotzdem wo bist'n? bei uns hinter dir gut ich setz das du und dann geh ich mit dir naja das ist zu groß für ne Kern hat er auch Kekse? mach mit das hier ist zu groß für ne Kern ne 4 ist um das sieht kacke aus ja was ist zu groß ja das ist zu groß für ne Kern ich baue jetzt einmal noch hier außen rum also dann ist es 3x3 das reicht auch oder? 3x3 ist zu klein wenn ein Fabrikator alleine schon 2 Foundations braucht nein er meinte ich gerne er meinte glaube ich nur hoch als Fabrikator anstehen wir können doch auch mal in die Höhe bauen sonst muss doch nicht alles im untersten Stock stehen ei ihr ich kenn euch ihr Jungs habt alle überhaupt keinen Bock irgendwas die Treppen hoch und runter zu transportieren dann lasst ihr mir die Dinos wieder alle voll beladen draußen stehen weil keiner Bock hat auszuladen weil ihr ja 2 Stockwerke nach oben gehen müsst das ist ne alles auf einer idona aber warte mal 2 kann wenn man in der Mitte in der Reihe Fabrikatoren spielt da sind so 3 Stück sagt man da sind mal 5x5 unter 10x3 da kann man auch nicht verfolgen ja 5x5 reicht aber so wie es jetzt einfach an der Seitenwende und so ja ja und dann halt auch noch außenrum was bauen ne ja und außenrum vollst waren doch alle dafür dass wir World ich muss einfach schnell effizient sein ich muss noch ausladen wir packen nicht viele Metallen ja ey Leute moinsinn warte mal ich will noch reden wo ist ein Impi hm ey Impi ihr blockt unseren Metal Spawn ey der ist wirklich das ist ein riesen Metal Spawn ja wollt ihr euch echt hier aufbauen ja also echt scheiße man ehrlich der alte Spot ist halt scheiße und da ist halt alles schön drumherum passt voll ja keine Ahnung hättet ihr nicht weiter unten bauen können weil ihr es blockt wirklich gerade 40 50 Metal Spawns ja also wo ich herkomme sind waren es 5 ja weil wir hier farmen ne also könnt ihr mir glauben das ist hier sind locker 30 40 Metal und die spawnt die blockiert ja jetzt gerade alle davon haben wir nichts davon habt ihr nicht und was soll ich jetzt mehr mache hier ist genug Metall auf dem Berg hm was soll ich jetzt mache wir bringen euch auf ne äh vor Ort vorbei wenn ihr weiter runter geht gar nichts mehr wow die Forge hat mich sowieso schon zu gut ja ich bring sie dann persönlich jetzt vorbei nein 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 weil da ohne ist scheiße es ist nicht eben wo soll ich jetzt ja ich weiß aber hier ist auch scheiße wenn man auch noch alles voll klatschen also hier ist man gar nichts mehr es ist halt gar scheiße es wird jetzt auch keine Entscheidung vom Plusplay geben weil der ist gerade mit einem Raid wieder GANJI wenn du was ist mit den Steinen und den kleinen Kunden ah ich flächerst dann ab wie bitte ich klärs dann ab ja alles klar ok ok ich bin weg ich bin weg ja jetzt was ist doch alles naja ist der Plan ist der Plan nichts ist der Plan hier bleiben wir wollen auch selber noch hier oder sowas bauen oder sowas bauen wir wollen auch selber noch hier sowas bauen eh die Farm halt hier ich bin weg ich bin weg ich bin weg wir wollen auch mal Vielen Dank.